Wie haben Sie gehalten und sich beraten und dann Ihren Weg dort fortgesetzt? Sie reiten dorthin, wo die Kujoten... Darum begeben sich die Comanschen in solche Gefahr. Oder wollen Sie... wollen die Soldaten etwa den Stamm überfallen? Ja, Dankeschön, da war schon viel Schönes dabei. Wir machen es nochmal. Und mit dir, Alexander Klafs, müssen wir noch reden und zwar bei Talk.dot.